Es sind nämlich jetzt nur noch 5 Tage. Oh, wir kommen einfach in den nächsten Bereich und nicht auf die Map. Vielleicht hätten wir flussabwärts auch latschen können. Gucken wir mal kurz, was passiert, wenn wir flussabwärts gehen. Die Brücke ist ja jetzt vorerst gesichert und ich glaube, die restlichen Geschmähttruppen werden auch bald hinterherkommen und den Rest der Brücke sichern. Ja, Bitterwitz steht hier wohl nicht mehr rum. Nein. Zum Dorf. Auf sie ist Haltung 3 Flüster. Achso, das ist ein normaler Kompassübergang. Kann ich mal kurz rausgucken? Nein, Echo-Ruf-Kreuzung. Gut. Oh ja. Kämpfte Lande. Ja, und das hier sind alles nur die Stufen. Und wir befinden uns hier gerade in diesem kleinen Tal hier. Also ja, Spiel groß. Wollte ich mal durchs Rad merken. Ähm. Ja, gut, danke. Hat hier einigermaßen gut geklappt, das mit denen. Ähm. Kämpfen jetzt. Haltet die Stellung, verteidigt das Dorf. Zwei Sonnenwachen, die unbewaffnet aussehen. Sie sahen unbewaffnet aus. Gleich sehen sie tot aus. Einen Herzstoß auf dich. Und einmal Frostbeulen auf dich. Dann bist du schon ziemlich schwer verletzt. Dann könnte ich noch deine Rüstung reduzieren. Oder auch nicht. Du trägst... ...eine Brot zur Rüstung der Vendrien-Wache. Gut, wäre das schon mal erledigt. Schleifstein und Trakt der Wiederbelebung. Ja, das sollte ich vielleicht mal benutzen. Bitte, meine Kinder sind da drin. Wenn du mich schon umbringen musst, dann tust du es hier draußen nicht vor ihren Augen. Wir bringen hier niemanden um. Außer die, die sich uns widersetzen. Ich schwöre, ich hatte nichts mit den Eidbrechern zu tun. Da oben versteckt sich jemand. Du hörst gedämpfte Stimmen und ängstliche Rufe aus dem Inneren. Ja. Gut, hier sind auch genug Kisten und so weiter. Ein bisschen Obst. Bist du ein Siedler? Ja, gut. Du bist eine Sonnenwache. Ja. Brauchst du eine Wurfsperre? Was hast du uns zu sagen? Der wechselte Dörfer schaut dich schweigend an. Also, so wie ich das sehe, kommen wir nur oben rum an der Sonnenwache vorbei. Und ich hatte gedacht, vor den Eid... Und ich hatte gedacht, vor den Erdbeben in Azur zu fliehen. Das ist eine kluge Entscheidung gewesen. Wahrscheinlich nicht. Wieder zwei Sonnenwachen. Mehr nicht. Fallen. Okay. Die Fallen sind entschärft. Die Vendrian Wache kann euch nicht beschützen. Beschützt euch lieber selber, indem ihr einfach aufgebt. Wen hat das jetzt alles getroffen? Dich, dich und dich. Das ist gut. Was macht das eigentlich nochmal genau? Ne, das war der Zauber hier. Ah, 30% mehr Schaden. Das ist nice. So. Okay. Den einen kriegen wir ganz leicht down, wenn der andere nicht hilft. Das heißt, wir können uns auch gleich um den anderen kümmern. Oh, ich habe schon wieder meine Realitätsfähigkeit von den Geschmähten vergessen. Nehmenskraft beherrschen und Wurfwaffen ist gestiegen. Interessant. Eintränke. Eintränke. Und was ist hier? Handschuhe des Monuments. Die sind nur für unbewaffneten Kampf, also für den Schläger. Gut. Okay. Hi du. Du willst dieses Dorf haben, dann nimmst dir viel Spaß in der Überschwemmungszeit. Ja, jetzt kommt der Sarkasmus. Ich dachte, wir hätten uns schon ergeben. Sollte der Krieg nicht längst vorbei sein? Ich bedanke dich bei der Vendrien-Wache dafür. Die wissen ja nicht, wann sie aufhören. Sie sehen nicht, wann sie aufhören. So, ich weiß, da unten war ein Gegner. Kairos, die Soldaten sind hier. Also gucken wir erstmal nach da oben. Ein bronzender Trumpschild. Was trägst du? Ein geschmähtes Schild. Weniger Erholung. Weniger Ausweichen und Wasser. Und ein Fisch. Und ich muss mich mal schlau machen, ob dieses eine Steam Achieve, wenn das mal keine Hightracken benutzen darf, wirklich nur für Hightracken gilt und nicht für alle Usables. So, das sieht aus, als ob es hier wieder aus der Stadt raus geht. Weiter in Richtung Zitadelle. Aber lassen wir das mal gut sein. Weil hier können wir eh noch nicht raus. Erstmal müssen wir uns hier noch fertig umschauen. Und soweit ich weiß... In der linken Hohbeiecke jeder dieser Kissen befindet sich eine kurze Reihe von Einkerbungen. Schrauben an den Böden lassen darauf schließen, dass die aus einem Haus in der Nähe herausgeschleift wurden. Ja, das hat wieder meine Quest geupdatet. Du hast eine zerbrochste Kiste gefunden, in der sich eine zerschmetterte Geschmähtenwaffe befand. Du hast wasserdurchdreckte Kisten mit Kermen gefunden, die denen entsprechen, die dir Isotanis gezeigt hat. Darin war mit Sicherheit das Eisen, das Isotanis erwartet hat. Der Rest der Lieferung muss in der Nähe sein. Wahrscheinlich hier. Ich sehe wieder eine Sonnenwache und einen Bogenschützen. Das heißt, wieder dasselbe Spiel. Gut. Ach, da oben steckt sie jetzt. Matani Sibyls schrille Stimme durchdringt die Luft. Ein Warnruf, der nicht an dich gerichtet ist, sondern an die Dorfbewohner. Fürchtet euch nicht, Söhne und Töchter von Apex. Kyros Hunde stehen vor unserer Türschwelle, aber die Ventrien Wache wird euch nicht im Stich lassen. Tapfere Krieger der Ventrien Wache. Diese Ausländer und Verräter wollen unsere Häuser niederbrennen und unsere Familien niedermetzeln. Gott kann die lügen. Sammelt all eure Stärke und zeigt Kyros den Preis dafür, unser Land wegzunehmen. Mehrere Soldaten bekommen mit vor Wut leuchtenden Augen aus halbgeschlossenen Türen und spärlich beleuchteten Gassen hervor. Die Partisanen bringen ihre Kampfluss mit Schlachtengeschrei zum Ausdruck und so siehst das graue Glänzen von Eisen, als sie ihre Waffen zücken und angreifen. Wie in Eschens Namen haben diese Bergteure Eisenwaffen in die Hände bekommen. Berg betrachtet die Einheimischen mit kurzzeitiger Panik und Verwirrung, bevor er seine Kampfhaltung einnimmt. Sind wir jetzt umzingelt? Waisenlehrling? Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Den Eisenlehrling loswerden. Sollten wir als erstes mit voller Wucht. Jo. Das dürfte auch ganz leicht gehen. So, die Sonnenwache ist schwer verletzt. Also boxen wir die mal ordentlich um. So. Du schwächst mal den. Du stichst den mal, dass er markiert ist. Du sollst dich auf den konzentrieren. Am besten lockst du ihn mal zu dir und du musst sie mal heilen. So. Wir beide könnten mal einen Eisenschlag gegen die Ehrenwache vornehmen. Falsche Grube bereits aktiviert. Okay. Du ziehst dich etwas zurück. Und du heilst mal sie. Du heilst sie am besten gleich mit. Du kannst mal das versuchen, während wir versuchen, die Ehrenwache endlich auszuschalten. Sieht ganz okay aus bis jetzt. Du ziehst mal Vika Agro auf dich. Du Herzschuss mal den, dass der endlich schweigt. Und da ist sie wieder umgefallen. Naja, toll.